Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um eine Klausurbesprechung und zwar Frühjahr 2021 Bilanzbuchhalter. So, Klausur 1. Und zwar insbesondere ist das doch wichtig für die mündliche Prüfung, die jetzt kommt. Wir befinden uns derzeit im Mai 2021 und für die Prüfungstermine der mündlichen, also jetzt hier Mai, Juni und so des Jahres 2021, halte ich das für nicht unwichtig, was hier in der Prüfung März 2021 sich so zudrug. Also Klausur 1, da haben wir eine schöne Aufgabe. Ich habe die ganze mal verändert. Ich habe die Aufgabenstellung 1 hier mal verändert und werde dazu, denke ich, drei Videos, mindestens drei Videos, wahrscheinlich höchstens, also genau drei Videos hier veranstalten. Und ja, wollen wir nicht mal gucken. Also ein Grundstück und zwar ein bebautes Grundstück sei für 150.000 Euro angeschafft worden. Dieses bebaute Grundstück besteht klarerweise aus einem Grundstück, aus Grund und Boden und zwar zu 30 Prozent und zu 70 Prozent aus dem aufstehenden Gebäude. Das heißt, wir haben zwei Komponenten, zwei Komponenten und zwar den Grund und Boden und das aufstehende Gebäude. Handelsrechtlich soll man sich möglichst reich rechnen, steuerrechtlich sich möglichst arm rechnen. Es sei keine Steuerbilanz erstellt worden. Der Steuersatz liege bei 35 Prozent. In der Klausur betrug er 30 Prozent. Ich ende das hier mal, damit nicht hier geglaubt wird, es sei immer 30 Prozent. Nein, nicht immer 30 Prozent, manchmal auch 35 Prozent. Also Grunderwerbsteuer wurde gezahlt 15.000 Euro Notargebühren für den Kaufvertrag in Höhe von inklusive der Umsatzsteuer 2975 Euro. Es sei immer 19 Prozent hier. Obwohl ja in 2020 der Schlamassel war mit den unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen, wegen der Corona-Geschichte, erstes Halbjahr 19 Prozent, zweites Halbjahr 16 Prozent, beziehungsweise 7 Prozent und 5 Prozent für den ermäßigten Steuersatz. Aber davon blicken wir ab 19 Prozent. So und Notargebühren für die Eintragung einer Hypothek 1.428 Euro. Übernahme nach der geschuldeten oder Übernahme hier der noch geschuldeten Grundsteuer in Höhe von 1.300 Euro durch den Käufer. Und Grundbuchkosten in Höhe von 800 Euro mögen einschlägig sein. Und dann ist es so, dass wir hier bisher gebucht hatten, 150.000 Euro Grundstücke, sonstiger betrieblicher Aufwand 21.503, nämlich wenn wir diese Position addieren, 2.975, 1.428, 1.300 und 1.800, dann kommt, denke ich, 21.503 raus. Bitte nachrechnen. So, sehr schön. Dann kommt das genau so raus und alle sind happy. Jetzt wollen wir doch mal gucken, jetzt wollen wir doch mal wirklich gucken, so was hier also so abgeht. Das heißt, diese Aufgabenstellung, diese Aufgabenstellung wollen wir jetzt besprechen und insbesondere hier Ansatz, Ausweis, Bewertung diskutieren, was doch sehr, sehr wichtig ist, um nicht zu sagen, was die Klausur ausmachte. Das heißt, wir wollen hier die einzelnen Positionen uns mal anschauen, die man hätte lösen müssen. So, die man hätte lösen müssen, schön formuliert. Und um euch hier zu zeigen, dass ich das Ganze auch in meinen Online-Kursen mache, habe ich eine Kleinigkeit mitgebracht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo. Und zwar in dem Online-Kurs Steuerbilanzen ist das Ganze hier das, ja, dass man da ordentlich ausholen muss. Nämlich, ich habe das Ganze zum einen in dem, in Grund und Boden hier, Sachanlagen, Grund und Boden habe ich es drin. Ich habe es außerdem in Grundstücksbestandsteilen dann drin eingearbeitet, selbstständige und unselbstständige Gebäudeteile. Ach du meine Güte. Abbruchkosten sind drin, anschaffungsnaher Aufwand und die Mietereinbauten und natürlich die Gebäudeabschreibung. Also das Thema Grund und Boden ist im Bereich der Steuerbilanzierung ein riesengroßes Thema. Im Bereich der handelsrechtlichen Bilanzierung ist es nicht so groß. Und trotzdem ist es wichtig, dass man im Bereich der handelsrechtlichen Bilanzierung hier dann nochmal genau guckt, dann nochmal genau schaut, was geht denn so ab. Und insbesondere im Bereich der handelsrechtlichen Bilanzierung muss man da natürlich auch genau Acht geben. So, also schauen wir mal und gucken, was denn hier so abgeht. Ansatz. Zunächst einmal der Ansatz. Wenn ich das ein bisschen scrollen darf, und zwar gerade noch so, dass man noch alles sieht. Der Ansatz 246 Absatz 1 Satz 1, der ist längst nicht immer verlangt in den Bilanzbuchhalterklausuren. Längst nicht immer verlangt in den Bilanzbuchhalterklausuren und manchmal aber schon. Das heißt, da bitte darauf achten, ob der 246 Absatz 1 Satz 1 HGB hier ausgeschlossen ist, ja oder nein. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass wir schauen auf den 247 Absatz 2 HGB. Dort nämlich die Entscheidung, ob Anlagevermögen vorliegt oder ob Umlaufvermögen viel mehr gegeben ist. Wenn etwas dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll, dann liegt ganz klar Anlagevermögen vor. Und hier dieser Grund und Boden als auch das aufstehende Gebäude sollen dem Geschäftsbetrieb dienen. Und insofern liegt Anlagevermögen vor, nicht aber Umlaufvermögen. Das heißt, das ist hier eine Frage noch des Ansatzes, ob Anlage- oder Umlaufvermögen hier vorliegt. Alles klar. So. Ansatz, Ausweis, Bewertung. Bäm. Schöne Frage. Ne? Okay. Dann die Frage des Ausweises. Ausweis 266. Wenn etwas aktiviert wird, wenn etwas passiviert wird, also wenn etwas bilanziert wird, dann gehen wir natürlich rein in den 266, denn dort findet sich ja hier der Ausweis der Bilanz. Handelsrechtlich, nationalhandelsrechtlich 266, internationalhandelsrechtlich 1.54, IAS 1.54, dort viel mehr. So. 266. Was haben wir denn genau? Lucky Lucky. Und zwar der Absatz 2, der Absatz 2 für die Aktivseite, Lateinisch A fürs Anlagevermögen, Römisch 2 fürs Sachanlagevermögen und dann Arabisch 1 HGB. Gut. Das wohl hier zum Ausweis, wo also eine Sache reinkommt. Dann die Bewertung. Erstbewertung, Folgebewertung. Was würdest du sagen? Bitte mal ausrechnen. Ne? Und zwar zum einen natürlich die Paragrafenkette. Die Paragrafenkette, das ist eine unheimlich wichtige Geschichte. Und bäm, 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 bäm. Wo habe ich das hier? Genau. Nochmal eine kleine Werbeeinblendung. Paragrafenkette nicht in meinem Online-Kurs Steuerbilanzen, sondern in meinem Online-Kurs Handelsbilanzen, also Handelsbilanzierung, Bilanzierung nach Handelsrecht, habe ich das Ganze mal hier fürs Sachanlagevermögen mit der üblichen Paragrafenkette, weil diese Paragrafenkette, die hier beim Sachanlagevermögen, sprich normalen Maschinen oder Grundstücken und Gebäuden und so weiter und so weiter, relevant ist. Die muss man halt tatsächlich relativ auswendig wissen, weil der natürlich immer wieder drankommt. So. Bäm. Ne? Das wollte ich hier mal loswerden. Was wollte ich sagen? Erstbewertung. Die Erstbewertung. Typisch 253 Absatz 1 Satz 1 HGB 253, handelsrechtlich, außerdem steuerrechtlich Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 ESTG und Nummer 2 Satz 2 ESTG. Nummer 2 für das nicht abnutzbare Anlagevermögen und Nummer 1 für das abnutzbare Anlagevermögen und Satz 1 jeweils die Erstbewertung, Satz 2 die Folgebewertung insofern, als dass es die Teilwertabschreibung hier umfasst. Ne? Aber zunächst einmal Satz 1 und das wollte ich auch hier sagen, habe ich aber falsch geschrieben, deshalb hier nochmal radieren. Yes. Ne? Alright. Das also zur, die Paragrafenkette zur Erstbewertung, außerdem natürlich gepaart mit dem 255 Absatz 1 hier Anschaffungskosten. So. Und dann ist es die Frage, dann ist es die Frage, welche Höhe liegt denn vor? Und was würdest du sagen? Hast du das Ganze hier mal schon addiert? Ne? Wir müssen doch gucken, wir müssen doch gucken, dass wir das Ganze trennen, die 150.000 Euro in 30% Grubo, Grund und Boden und in 70% Gebäude. Und dann ist die Frage, was hier Anschaffungsnebenkosten sind. Die Anschaffungskosten bestehen aus vier Positionen. Bestehen aus vier Positionen. Anschaffungspreis, meistens netto, wenn wir ein vorsteuerabzugsberechtigtes Unternehmen haben. Abzüglich Anschaffungspreisminderungen, Rabatte, Skonti, ausgenutzte Skonti, plus zuzüglich Anschaffungsnebenkosten. Also alles, was notwendig ist, um etwas in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen, wie beispielsweise Grunderwerbsteuer. Wenn wir die Grunderwerbsteuer nicht zahlen, dann werden wir hier nicht Eigentümer. Genauso die Notargebühren für den Kaufvertrag müssen wir bezahlen. Ansonsten haben wir nicht das Ganze in einen betriebsbereiten Zustand gesetzt. Allerdings, die Notargebühren für die Eintragung der Hypothek sind nicht Teil der Anschaffungskosten, weil sie nicht notwendig sind für den betriebsbereiten Zustand. Die Finanzierungskosten sind no. Warum? Bei den Anschaffungskosten sind Finanzierungskosten no. Absolut verboten, weil ja dort steht, soweit sie einzeln zuordnbar sind. Und einzeln zuordnbar sind die Finanzierungskosten nicht. Bei den Herstellungskosten ist das was anderes, aber bei den Anschaffungskosten sind Finanzierungskosten absolut no. Absolut no. Das ist Lombert-Deutsch für dürfen nicht rein. Dürfen nicht rein hier in die Anschaffungskosten. Yes. Was wollte ich sagen? Dann die Übernahme der noch geschuldeten Grundsteuer. Auch das kommt rein. Und die Grundbuchkosten kommen auch rein in die Positionen, die zur Erreichung des betriebsnotwendigen Zustands notwendig sind. Sodass ich also komme auf, jetzt muss ich mal gucken, auf, was habe ich denn hier mir aufgeschrieben? Bäm, bäm, bäm. Na, ach Gott, wenn man nicht alles immer super griffbereit hat, dann sucht man sich einen Wolf. So wie jetzt, aber ich glaube, ich habe es dann direkt doch auf der nächsten Seite hier mir aufgeschrieben, was ich nämlich an Positionen habe. Wir müssen also gucken, was jetzt handelsrechtlich und was steuerrechtlich hier notwendig ist. Handelsrechtlich und steuerrechtlich jetzt die einzelnen Positionen also auszurechnen. Nämlich die Aufteilung von 70, 30 und so weiter und so weiter. Sodass wir dann also kommen auf etwas, was wir handelsrechtlich hier haben und was wir steuerrechtlich dann aufschreiben müssen. Und zwar, das möchte ich mal hier notieren. So, handelsrechtlich, steuerrechtlich, die Anschaffungskosten. Die Anschaffungskosten und zwar 118.720. Hast du das auch raus? Ne, also das mit meinen veränderten Zahlen. Mit meinen veränderten Zahlen 118.720 Euro. Bäm. Und das sind die Anschaffungskosten, die handelsrechtlich die Ausgangsbasis bilden. 253 Absatz 1 Satz 1 HGB und dann genau zu gucken in 255 Absatz 1 HGB. Und steuerrechtlich aber § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 bzw. § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1. Ich nehme nochmal einen Schritt zurück. § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 ESTG als auch § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 ESTG. Also immer Satz 1, nicht etwa Satz 2. Jedenfalls hier für die Erstbewertung. Und nochmal dann gucken. Also die einzelnen Positionen. 150.000 plus 15.000 plus 2.500 Netto-Position plus 1.300 auch Netto-Position plus 800. Nicht aber die Notargebühren für die Eintragung der Hypothek. Yes. So. Und dann kommen wir auf 169.600. Und davon sind 70 Prozent die 118.720 hier des aufstehenden Grund, des aufstehenden Gebäudes. Und die 30 Prozent, die habe ich da noch nicht drin. Die kommen gleich. Die kommen gleich. Denn jetzt will ich ja die Abschreibung dann kalkulieren. Jetzt will ich die Abschreibung kalkulieren. Das heißt, wir sind dann bei der Folgebewertung. Erstbewertung zunächst einmal und dann jetzt Folgebewertung. Und die Folgebewertung, bam, da muss ich natürlich gucken, was habe ich denn hier, was ist denn hier überhaupt los? Was geht ab? Und zwar § 253 Absatz 3 Satz 1 Satz 2 HGB als auch § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 und Nummer... Ja, genau. Das planmäßige Abschreibung hier kommen für das abnutzbare Anlagevermögen. Und dann natürlich die Frage des § 7. Das heißt, wir haben dann den § 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 ESTG. Bitte auch vergleichen mit dem § 7 Absatz 4 Satz 2 ESTG, weil ja hier es möglicherweise so ist, dass die 3 Prozent, die wir hier nehmen werden, schlechter sein könnten, als über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Nutzungsdauer ist 40 Jahre. Das heißt, 2,5 Prozent kommen dann und dann sind 3 Prozent besser. Dann sind drei Prozent einfach besser. So sieht es aus. Ergo habe ich dann drei Prozent steuerrechtliche Abschreibung und eine handelsrechtliche Abschreibung über 40 Jahre. Ich komme auf 2.968 Euro handelsrechtlich bzw. 3.561 Euro steuerrechtlich mit den drei Prozent. So. Und genau. So sieht es aus. Das heißt, fürs Gebäude nach der planmäßigen Abschreibung bzw. AFA, planmäßige Abschreibung nennen wir das Ganze handelsrechtlich. Abschreibung für Abnutzung, nennen wir es steuerrechtlich. 115.752 Euro hier bzw. 115.158 Euro und 40 Cent. Das für das Grundstück 50.880 ist hier identisch. 50.880. Bäm. So. Das hätten wir dann also hier nach Erst- und Folgebewertung. Ein weiteres Thema war damals oder war in der Klausur, in der entsprechenden Klausur, außerdem noch latente Steuern. Das mache ich in einem weiteren Video und natürlich die Buchungssätze, was ich auch in einem weiteren Video dann hier angehen werde. Das heißt, zur Fortführung des Ganzen empfehle ich euch auch die weiteren Videos zu schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, einfach mal hier meinen Kanal abonnieren, dann erfährst du die weiteren Videos und natürlich die Glocke nicht vergessen. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.